Also dieser Term soll vereinfacht werden. Ihr drückt auf Pause, probiert es selber und schaut euch dann die Lösung an. Was vielleicht verwirrend ist, ist diese Schreibweise. Es gilt x hoch minus 1 ist 1 durch x. Und damit 3 hoch minus 1 ist einfach eine andere Schreibweise für ein Drittel. Würde ich schreiben 3 hoch minus 2 würde es bedeuten 1 durch 3 Quadrat. Okay, damit kann ich jetzt das schreiben als 1 Drittel mal 3 hoch minus 1 ist 1 Drittel. Kommutativgesetz, ich tausche das ein bisschen rum, mal 3 Quadrat mal a hoch 3. So, und hier kürzen sich sämtliche Dreier weg. Das ist vielleicht auch manchmal verwirrend, aber 1 Drittel mal 2 ist das gleiche wie 2 Drittel oder das gleiche wie 2 mal 1 Drittel. Ich esse ja in jedem Fall von diesem Kuchen, esse ich ja 2 mal, also das erste Drittel, das nächste Drittel. Ja, 2 Drittel esse ich. Hier, hier, hier. Und so kann ich diesen Dreier, diese Dreier da hochschreiben und kürzen. Also, einen schönen Bruchstrich. Unten ist 3 mal 3, oben ist 3 Quadrat mal a hoch 3. Ist gleich, hier kürzt sich alles weg. a hoch 3. Ende. Tschüss.